Willkommen zurück bei Flachpfeifen. Heute wieder mit Rocket League. Mit dem Olli, Michel und dem Patrick. Das war dein bestes Intro bisher. Ja. Kein Kommentar. Oh really, kein Kommentar. Starbase. Ist die Map normal? Ja, die Map ist normal. The fuck? Hä? Die Map ist jetzt angepasst, oder was? Ja. Nein, die Map. Was? Leute, hat Sache. Sorry, Toria. Ich hab mir Boost geholt, weil ich nicht dachte, dass das da passiert. Haben sich so viele Leute beschwert da, oder was? Oh! What? Pfosten, Alter. Ja. Ja, viele Leute haben sich halt gedacht, die Map ist komisch. Huch. Wo geht der denn hin? Höp. Unter mir durch. Da geht der hin. Hm. Yo. Platinschmieler. Ich hätte ihn fast noch gehabt, ey. Ich hätte ihn fast noch gehabt, ey. Sorry, ich hatte grad. Wow. Oh. Oh. So ein klein... ...boostenanfall. Echt nicht auf der Höhe in letzter Zeit, ey. Oh, hi Oli. Oh, fuck off. Echt. Oh, mach Focus. Oh nein. Oh ja. Oh ja. No, sorry. Oh yeah. Oh. Wow! Puscht ihn einfach mal weiter nach vorne. Ah! Was? Da! Loool! Scheiße! Ach, wieso bouncet der denn so behindert? Nee, den hat er. Den hat er. Ah, gott der. Missed. I miss her. Ja, komm schon, komm schon, spiel den, spiel den. Nee, den kriegt er, den kriegt er. Das war so klar. Wow! Ja, ich steh immer da, in der Linie, wo der Ball hinfliegen könnte. Immer. Dammit! Ausgespielt. Wie wär's denn mal mit ner Aufgabe? Ich krieg nichts gebacken grade. Ich krieg die Ideen kommen wir nicht an. So gar nicht. Guck'n, was jetzt kommt. Ah, Mann. Was? Was wir? Was wir? Was wir mit? Oh, das war. Oh Mann. Oh Mann. Ich krieg die Da. Oh Mann, wir haben das schon mal, was wir mit kitchen. Oh Mann. Ja, oh Mann, wir haben das schon mal. hey gg ich war auch guter vorlage, gutes tor, würde ich diesmal gerade behaupten damit hat aber gerade keiner gerettet hmmm er hat mich da von der seite gerannt was geht hier ab lol ah wenn sie übergewinnt what the ff fuck off michel hinten im tor rumstehen bringt doch nichts doch eigentlich schon aber hier sagt auch nichts mehr die Ballerfabrik aber auch nichts gut das waren Arguments wie ging das Patrick ach so ich meine wenn er möchte kann er sich selber gerne das vorstellen und dann kommt sowas ne ich mach lieber welche genau scheinbar oder Oliver macht so ich will da hinten nein flammen auf gelobt sei Gott dass er dass er Troja diesen verfickten Lackschotten nicht gab das war wieder nur pures Lack Troja Gottverdammt Gottverdammt der Typ geht nur auf den Piss ja der geht mir richtig auf den Piss oh Oh nööööööööööööööööööööööö der gläbt nicht film ist nicht für mich aber für michel nein auch nicht was da war bei r Nun treffen ah fuck ne wird nix nur weggeschossen weil ich boost brauch ey du kleine ratte geht doch nicht ich will ihn durchpressen und da passiert nix was soll denn dort die mögen dich nicht was war das denn da für mich und zwar mit vollschmackes weisse was drück ihn doch rein verfluchte scheiße kackball ja ich wollte mich neu positionieren tut mir echt leid dass man das so macht wie geht der ball so was war das den hast du geblockt den hast du geblockt gut ich hab endlich mal auf patrick gemacht bin ich gut da drin das man was 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 hast du ohne uns gespielt weiss ich nicht ha das oliver schuld was kann ich dafür bitteschön dann skillniveau mal runterschrauben am bronzeniveau damit da mal was passiert wa aber wenigstens bin ich gold 3 läuft doch da krieg ich runter mit sicherheit wir sagen aber bis zum nächsten mal bei den flachpfeifen und rocket league das war eine salzige folge oh ja